So, ich glaube, genau, jetzt ist die letzte Stage schon da, leider. So, the stage is changing to space. It is no space opera this time. I am a Knight of Honor. I'll fight the evil Empire Army all by myself. While I'm doing that. I'll be happy with you too. I have to protect Princess Babs. Yes, it's a little experience of Star Wars. Wait a minute, Princess Babs. You mean I have to rescue you again? That's right. Now, stop. The show will start soon. Okay, it's time for me to get it. It's time for me to get it. She's never get stage fright. So. Ja, es ist eine kleine Anspielung auf Star Wars, diese Stage. Da konnte ich mich sehr gut erinnern. Woah, 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 woah. Woah, warte mal. Ich bin hier ein bisschen konfuset. Ja, scheiße. Was war hier? Ich muss zugeben, ich bin jetzt gerade ein bisschen konfuset hier. Was war hier nochmal? Gehirnszellen verstaubt. Ein bisschen. Ach, ich doof. Ha, ha, ha. Ich musste nach links. Ja, die Sturmtruppen aus Star Wars. Ist klar. Woah, 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 woah. Woah, verdammt. Jetzt muss ich mich ein bisschen hier besser anstrengen. Aber gut, zu wissen, wo ich hin musste. Ich laufe die ganze Zeit nach rechts in den Vollposten. Oh, Mann. Das war ja wohl jetzt echt ein Griff ins Klo. Ja, okay. Man rechnet normalerweise immer nach rechts. Aber jetzt nicht nach links. Das war gut hier. So. 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 Ich muss hier aber abstimmen. Ja. Das war jetzt knapp. Ja, ja, hau mal ab. Ich muss hier ein bisschen mit L und R rechtzeitig hier anstimmen. So. Hier. So. Klettern. Da. 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 Wo soll ich einen Container herkriegen, du Blöppmann? Und was soll ich damit überhaupt für die One-Nate-Penn? Veräppeln will ich doch nicht. Weil ich muss nicht aufpassen. Die Roboter können so epische Jumps machen. Und die können auch angreifen. Oi, 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 oi. Da, 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 da. Ja, und mit Y kann ich so scheiße mich an die... Ah, danke. Die brauche ich. Da muss ich aufpassen. So, perfekt. Da, komm, hoch da. Wow, was läuft denn da mit... Was war denn da mit mir vorbei gesaust? Ich glaub, hier war er nochmal rechts oder so. Warte mal, warte mal. Das war sauknapp jetzt von meiner Seite aus, sieht er. Ja. Ja, 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 macht keinen Faxen. Zzz. So, jetzt war hier irgendwie... Okay, hier kommt man eigentlich einfach rüber, wenn man sich nicht doof einstellt. Einfach so nach der Zeit, Zeit, bla bla bla. Mach mal ab da. Du nervst. Boah. Kann ich mir auch sehr schnell die Möhre jetzt hier holen. So. Jetzt geht schnell hier rein. Schlüssel. Und rein da. Boah, das war knapp. So, jetzt gehen wir hier leicht lang hier durch das geile Raumschiff. Und wir machen jetzt mit dem Schlüssel... Ich mach's auf die Art, ich kick den Schloss. Das sieht irgendwie komisch aus, wenn ich da hänge. Ich will mich ein bisschen an Samus, diese Tür. An Samus, an seinen Metroids jetzt hier. So diese Schleuse. Aber das ist egal. Wir können jetzt hier schon geschmeidig hier durchlaufen. Jetzt... Ja, das war nämlich gewesen. Ich hätte die Erinnerung gehabt, ich sollte hier durchtreten. Die Vollpfosten. So, was war hier? Oh, Backe. Ich erinnere mich wieder hier. Ich erinnere mich sehr böse hier. Ja, genau, das war... Genau, ich muss hier hin, schnell. Weil sowas passiert. Boah. Deswegen muss ich hier recht zeitlich... ...litzschnell hier rüber... ...mich hier hinterstellen. Weil die pusten einen direkt weg. Jetzt muss ich nochmal gucken, wo ich nochmal lang muss. Hier lang, blitzschnell. Boah, das war jetzt sauknapp. Nein! Das war jetzt scheiße. Das war jetzt echt scheiße. Hehe, jetzt muss ich warten. Durchrennen. Genau, hier war das schnell. Bleib stehen. Die war jetzt rechts oder links? Ich weiß es gerade nicht so genau. Ja, toll. Die Sterbe, er. Ja, aber gut zu wissen, wo ich nochmal hin musste. Ah, Mann, Mamia. Ich muss die ganze Zeit hier beim... Sorry, ich habe ein bisschen komisch kommentieren. Ich bin die ganze Zeit am... ...spielen. Am Erruck erinnern, wo... ...was nochmal war. Deswegen komme ich noch ein bisschen aus der Kontenance. Wollte man, dass ich dieses Wort jetzt auch mal benutzen möge. Oh, kommt ja... I'm firing my lasers. So, hier hoch war das, glaube ich. Oder war das... Ich glaube, ich glaube, jetzt hier oben. Aber ihr köpt mich mal kreuzweise. Lass mich durch. Oh, Schatt. Fuck. Wenn ich ehrlich bin, das ist aber wirklich eine unfaire platziert, weil ich nicht wusste, genau, wo man jetzt gehen muss. Oh, schnell hier hoch. Ich will hier runterrennen. Wappers stehen, du Verrückten. Ich habe keinen Bock, jetzt gegrillt zu werden. Ich muss gleich auch mal hier stehen. Jetzt hoffe ich rechtzeitig, dass ich hier immer schnell durchjumpen kann. Oh, oh, Scheiße. Das war blöd. Das war die schlimmste Zinne überhaupt in diesem Spiel. in meiner Erinnerung, ey. Vor allem, ich wusste am Anfang auch nicht, was ich machen sollte. Ich stand hier einfach wie blöd hier und dann auf einmal kam... Dann urplötzlich das da hinten. So, was geschieht hier? Das war echt krass. Damals. Ich hasse meine Jase. Die ganze Zeit immer juckt, aber das längt auch ab. Da, 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 da. Schnell hier rüber. So. Das ist jetzt unfair. Das war unfair. Ohne Scheiße. Heiß. Äh. Wart mal hier. Nehme ich auch mit. So, jetzt hier runter. So, jetzt bleib ich hier stehen. So. So, jetzt bleib ich hier stehen. Jetzt bleib ich hier stehen. Und in den richtigen Moment renne ich jetzt gleich los. So, genau. Jetzt. Boah. Endlich, da du ich, ey. Kurva. Oh, das war eine lustige Sache, wann ich hier. Mit der Gravitation. Diese riesen Eisenkugel, der für da ist, dass wir die Gravitation ändern. Bäm. Einfach nur die ganze Zeit so. Wie. Und jetzt gehen wir wieder nach oben. Und wieder nach unten. Bäm. So, jetzt gehen wir nochmal hoch. So, ich glaub hier konnte ich Sterne einsacken. Ich bin mich die ganze Zeit am fragen, ob ich hier was voll übersehen habe. Ich bin die ganze Zeit mich am fragen, wo ihr die Möhre war, die meine Lebensenergie wieder erholt. Hm. Hoffentlich ist sie noch rechtzeitig zu finden hier. Bevor ich den Endboss in diesem Spiel überhaupt entgegentrete. So. Jetzt geht's hier nicht mehr weiter. Oh, mein Bein tut mir gerade wieder weh. Aua, aua, aua. Oh, shit. Oh, shit. Aber ich muss mich auch... Genau, das war's. Ob mich abgefuckt hat in diesem Level. Oh, Mann, ey. Oh, nervig ist das jetzt auch mit meinem Bein gerade. Nein, ich schieb nichts auf andere Dinge hier. Ey, das Level ist grauenvoll. Zum Teil gewesen, das letzte. Hat man überhaupt hier Continuous gehabt? Ich hoffe jetzt nicht, dass ich jetzt den Game Over habe. Komplett. Und wieder von neu empfangen. Dann schreich aber hier. Oh, zack. Aber ich hab jetzt wieder zwei Herzen voll. Habe ich wenigstens ein bisschen Vorteil wieder hier. So. So, jetzt muss ich aber ein bisschen konzentriert spielen hier. Also, ich bin jetzt mal kurz ein bisschen am Schweigen. So, ich muss aufpassen, wie er abspringt. So, perfekt. So kann man's auch machen. Ich muss mich jetzt mal hier. Hard course. Ne, danke. Ich habe keine Lust, mich jetzt mit sowas anzulegen. Also, juckt mich schon den Finger dazu machen. Aber, ich glaube, ich gehe... Wie war das denn mal hier? Aha, verstehe. Ich hätte noch Radkurs nehmen sollen. So. Kann man hier, ne? Ich tue mich jetzt mal ganz reinwillig hochschleichen. So, die mache ich eben schnell kalt. Gerade in der ganzen drüben liegen. Hier fehlt was. Mir fehlt was. Ja, ein anderes neues Herzenmöhrchen brauche ich hier. Ein volles... Da muss ich noch nicht hin. Hier war irgendwo was, was ich bräuchte. Dringend. Hier war irgendwo noch ein Herz. Möööööööööööööööööö. Das sieht aber aus, ey. Ich schüsseln nämlich aber mit. Hier war doch irgendwo... Ih! Geh weg! Mag dich! Uah! Toll! Toll! Danke! Toll! Toll! Ah, es gab ein Continuo. Aber bitte jetzt nicht ganz von vorne, oder?